Deutsch lernen durch Hören Deutsch lernen durch Hören Herr Sommer, darf ich Sie kurz stören? Kann ich morgen bitte einen Tag frei haben? Frau Weber, das ist aber ganz ungünstig. Morgen machen wir Inventur. Da brauchen wir jede helfende Hand. Muss es denn unbedingt morgen sein? Ja, es muss morgen sein. Der Kindergarten hat morgen zu. Meine Tochter kann nicht so lange alleine bleiben. Kann denn niemand auf Ihre Tochter aufpassen? Ist Ihr Mann nicht zu Hause? Der hat doch extra Elternzeit genommen. Er ist bei seiner Mutter zu Besuch in Berlin. Und Ihre Mutter? Warum kann denn Ihre Mutter nicht mal kurz aufpassen? Sie wohnt doch mit Ihnen in einem Haus. Weil meine Mutter seit zwei Tagen zur Probe im Seniorenwohnheim wohnt. Weil sie außerdem krank ist und gar nicht auf ein kleines Kind aufpassen kann. Ach bitte, können Sie mir nicht morgen freigeben? Nein, Frau Weber. Morgen geht das auf gar keinen Fall. Aber warum denn? Ich sagte doch, dass wir morgen Inventur haben. Der Termin steht schon seit Monaten fest. Ich hatte Urlaubssperre für diesen Tag verhängt. Das steht auch draußen am schwarzen Brett. Ich brauche jeden Mitarbeiter. Ach, Frau Weber, bringen Sie doch die kleine Morgen einfach mit. Wir geben ihr ein paar Schrauben zum Spielen und eine Tüte Gummibärchen. Ich dachte immer, Kinder wären hier im Betrieb verboten. Wegen der Sicherheit. Ja, normalerweise dürfen hier keine Kinder sein. Aber wir machen einfach morgen eine Ausnahme. Nur erzählen Sie das bitte nicht weiter. Gut, dann bringe ich Sie eben mit. Aber wenn Sie hier alles durcheinander bringt, bin ich nicht dafür verantwortlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.